Ich muss Schluss machen. Hey, wie war dein Tag? Ganz gut. Was liest du da? Weißt du schon, wo du dich bewerben willst? Noch nicht. Josh und ich reden noch drüber. Also ist das noch der Plan? Mit Josh auf die Uni zu gehen? Du und Mama waren schon so jung zusammen. Sag jetzt nicht, bei euch war es was Besonderes. Margot! Soll ich sagen, es war was Besonderes? Ja, ganz genau. Es war was Besonderes. Alles ist kompliziert. Aber es gibt immer eine Lösung. Das Auto habe ich schon mal gesehen. Von der Bahn. Die Typen sind nicht von der Marke. Halt dich fest. Jetzt wird's ernst. Wir müssen weg. Wir haben uns gefunden. Die bringen uns in Sicherheit. Leb wohl, Amerika. Ich wünsche einen schönen Tag. Was hat er getan? Tut mir leid. Pack nur eine Tasche. Dafür hast du zehn Minuten. Wie viel Ärger hast du eigentlich? Genug. Nicht alles kann repariert werden. Nicht alles kann repariert werden. Doch, natürlich. Es geht nur darum, es auch zu wollen. Keinem von uns gefällt diese Situation. Und wenn wir jetzt nicht das Richtige tun, wird sie eskalieren. Was wir gleich tun werden, mag unverantwortlich erscheinen. Das wird ein großes Abenteuer. Ein paar Flüchtige auf dem Weg nach Mexiko? Ich hatte Pläne. Zur Schule gehen. Ein Leben haben. Ich kann mich nicht für immer mit euch verstecken. Was hat er getan? Das ist schwierig zu erklären. Ich bin an Ihnen interessiert. Wer Sie sind. Was ich glaube, dass Sie sind. Dieses Gesprächsthema ist für uns ein wenig unangenehm, würde ich sagen. Wieso tun Sie ihm das an? Wieso tut er Ihnen das an? Dina, wo wollen Sie hin? Vielen Dank. Vielen Dank.